Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, Zemaxi. Wir sind noch in Irland und haben jetzt gerade noch die Quest Bernsteinsonne, denn wir haben alle Bernsteinsplitter gesammelt, nachdem wir das letzte Mal die restlichen Ordensmitglieder zusammen gesucht und getötet haben und müssen jetzt zu, wie heißt sie, Derdresshütte? Derdresshütte ist auf jeden Fall gleich hier in der Nähe und dort sehen wir uns wieder. So, hier sind wir. Da bin ich ja gespannt, was uns jetzt erwartet. Okay. Die wusste, wir bringen alle Splitter. Oh. Huh. Ja, warum nicht? Los geht's. Okay. Scheint ein krasser Kampf zu werden. Hoffentlich. Hoffentlich ist es auch ein Kampf, den wir gewinnen können. Okay. Okay. War da irgendeine Schwachstelle? Na gut, ich kann ihn gut mit Pfeilen abschließen. Wow, der ist ja krass. Kann ich dem ausweichen? Ja. Aua. Also wahrscheinlich könnte ich ihn vielleicht auch mit Pfeilen. Äh, ich muss sagen, so krass ist er jetzt nicht. Obwohl hier angezeigt wird, dass er um einiges stärker ist als was für mich jetzt. Nee, wir springen halt nicht immer so. Wow. Äh. Was ist denn bei dem verkehrt gelaufen? Huch. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Okay. Okay, so ganz mit Pfeilen. Wow, 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 wow. Werde ich ihn nicht besiegen können. Sowas hatte ich erwartet. Ach, guck mal. Jetzt wird hier sein Knie als Schwäche angezeigt. Alter, wow, der ist heftig. Schön, sowas gefällt mir. Ah, ich hab nichts mehr zum Heilen. Oh, nur die da, oder was? Okay. Hier. Ja, das hilft schon mal, denke ich. Oh, 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 oh Hey, ich war daneben! Shit, das werde ich nie im Leben schaffen. Und da bin ich fast platt. Ich kann aber auch nicht regenerieren irgendwie. Also ich finde jetzt hier irgendwo noch Pilze, aber wow. Wie mache ich das? Und kaputt. Okay, wir versuchen noch mal eins gescheitert. So krass ist er wirklich nicht, muss ich euch ehrlich sagen. Dann muss ich nur gut anstellen und nicht so dämlich in die Falle laufen. Aua! Aber jetzt weiß ich, was hier fehlt. Diese, wie hieß das? Zweite Luft oder so. Dass man sich selbst noch mal anders hält. Ich weiß nicht, was hier fallen kann. Die sollte ich mir eigentlich auch sparen. Alter! Das klang halt eigentlich so, als wäre der Speer so ein bisschen das, was ihn verletzen könnte. Habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Ja, 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 ja. Nimm ab das Ding. Okay. Den kriegen wir schon besiegt, Leute. Ja, ins Knie. Bam! Mist! In der Luft treffe ich ihn nicht, aber er mich umso besser. Gut, dass ich mir hier die Pilze aufgehoben habe. Ah, mein Glück. Wo ist er denn? Oh! Ja. Okay. Okay. Uah! Das war knapp. Ja, auf dem Rücken. Was? Komm schon! Komm schon! Na los, komm her. Ah Oh Ich hab kurz überlegt, was macht er jetzt? Das macht er jetzt Ah Ah Ah, nice Okay So Komm, wir sind hinter ihm Ja Ja, los, schnell Uff Das ist ja schon mal was Okay, komm Ja Los Uff Los Ja Wunderschön, hier komme ich nicht weiter Aber, hat geklappt Alter Ja Komm schon Es ist zu schaffen Es ist zu schaffen Los Einmal noch Ja Ja, los Ja, komm Ja Ja Uff Boah Boah Das war krass Konzentration, Leute Aber am Ende Uff Knappe Sache Cool 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 Heftig Heftig Ja Wir reden mal mit ihr kurz Ja 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 Okay Hat jetzt nicht erklärt Was wir besiegt haben Ist aber am Ende auch egal Wir jetzt hier in Irland noch Ja, die Reichweite und Das haben wir doch gemacht, oder? Ah Das schauen wir dann einfach nochmal Ich möchte jetzt mir den Speer anschauen Der hier E-Bolk Okay Der ist schon Ja Ähm Tempo und schwerer Schaden Die können wir hier einfach mal Entfernen Kann ich die nicht? Ah doch So Oh Da haben wir nämlich hier die Runenplätze Noch frei Und können den nochmal ein bisschen Verbessern So, mein Speer ist aufgelevelt Boah, der glitzert ja wirklich, oder? Äh Blitzt wirklich die ganze Zeit Das ist cool Das ist sehr schön gemacht Da haben wir doch Oh, was ist das? Voila Ah ja Okay Da haben wir jetzt ein Schriftstück dazu noch Seite der Ehrischen Sagenkreise halten Ah, ein Artefakt Okay So, jetzt Äh, verraten wir doch mal Was das mit den Dränger auf sich hat Bin und besiege die Wobei Dränger Wie finde ich die denn? Aber okay Das werden wir dann einfach Das nächste Mal nochmal angehen Bevor wir Irland hier Den Rücken kehren Ich hoffe euch hat's heute gefallen Mir hat's Spaß gemacht Es war ein cooler Kampf Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Leute Macht's gut Und tschüss Besuch Aus Bist du